GTA 5, aber wir werden immer kleiner und kleiner und kleiner. Ah, es klingelt an der Tür. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Ich wollte mir heute einen freien Tag mit Franklin machen, Leute. Ich habe mir gerade die Klamotten gewaschen und jetzt... Wow! Okay, Leute. Was macht jetzt ein Alien hier einfach? Entschuldigung, Mr. Alien. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie weiterhelfen? Ist alles mit Ihnen in Ordnung? Wollen Sie vielleicht etwas? Okay. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! Wow! Oh mein Gott! Und Franklin! Franklin! Wow! Was? Oh mein Gott! Wow, 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 wow! Hey! Wo ist er hin? Leute, was war das gerade? Einfach ein Alien klingelt an der Tür und schießt mich mit irgendeinem Alien-Gadget. Oh, Franklin. Irgendwas ist mit ihm. Ich glaube, geht es nicht gut. Wow! Franklin! Franklin! Wow! Oh mein Gott! Franklin! Yo, er ist kleiner geworden. Leute! Franklin! Chop, chop, chop! Wo läufst du denn hin? Chop! Okay, ich glaube, der war auch ein bisschen erschrocken, was da gerade passiert ist. Franklin! Yo, wir sind einfach kleiner geworden, Freunde. Guckt euch das mal an. Und yo, was ist mit deinen Oberahnen los, Leute? Irgendetwas ist merkwürdig mit ihm. Ich glaube, Leute, in der heutigen Episode geht es dann wahrscheinlich darum, dass wir einfach kleiner werden in GTA 5. An der Stelle, Leute, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr eine weitere Episode haben wollt. Wo wir vielleicht auch größer werden, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Und vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, Leute. Und ganz wichtig, folgt mir mal, Leute, ganz kurz auf Instagram, Leute. Lasst uns mal einfach die 100.000 Abonnenten voll machen. Lasst da einfach mal kurz ein Follow-up da und liked gerne das neue Bild, Freunde. Und dann gebe ich euch gerne ein Herz. Und ich würde sagen, jetzt legen wir auf jeden Fall, Leute, mit dem Video los. Und yo, ich würde sagen, ich muss mir erst mal ein bisschen Hilfe holen, weil ich habe keine Ahnung, was das für ein Fluch ist. Und vor allem Franklin mit deinen Armen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und auch, Leute, in der First-Person-Kamera. Es sieht alles ziemlich klein aus, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob wir da in das Auto reinpassen. Wir probieren es mal, okay. Und, äh, okay, jo. Es, ähm, also, es funktioniert halbwegs, würde ich sagen, Leute. Also, wenn wir uns mal angucken, Franklin sitzt dort unten. Also, er kann wirklich nicht viel sehen. Deswegen, Franklin, guck. Wir probieren es mal, ob wir irgendwie, äh, oh, 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 nein. Franklin, Franklin! Boah, okay, also, er kann, glaube ich, nicht mehr so gut fahren. Ähm, Franklin, Franklin, nein, stopp, stopp, stopp. Okay, Vorsicht, okay. Ich werde ihn jetzt mal dirigieren. Ich werde ihn einfach mal sagen, wie der Hase läuft. Wir müssen das, wir müssen das irgendwie hinbekommen. Also, wir müssen mal zu Leicester fahren. Ja, Franklin, jetzt, äh, rechts abbiegen. Ja, rechts, 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 Franklin. Okay, jetzt zurück. Nein, nein, Turn of, nein. Oh, mein Gott, Franklin. Oh, 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 oh. Okay, ähm, ist alles in Ordnung, Franklin? Ah, das Auto ist komplett schrott. Jetzt sehe ich wenigstens, wie tief er sitzt. Er kann wirklich gar nichts erkennen. Aber immerhin kommt er noch an die Pedale ran. Also, er kann noch ein bisschen fahren. Ah, guck mal, da ist eine Person. Vielleicht fragen die mir. Hey, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? So. Wow. Wo ist er denn hin? Franklin, ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Wo ist er denn? Vielleicht fahren wir mal zurück. Wo ist er denn, Leute? Ah, da. Okay, äh, Franklin. Okay. Leute, wir fahren einfach mal zu Leicester. Ich frage mal, ob der uns irgendwie helfen kann, was mit uns eigentlich los ist. Okay. So. Okay. Franklin. Ja, wir sind da. Okay, Leute. Wir sind erst einmal da. Und guckt euch das mal an. Wir sind einfach so groß wie diese Mülltonne. Können wir da? Leute, ich will wissen. Passen wir da rein? Franklin. Es tut mir so leid. Aber wir müssen jetzt mal reingucken, ob wir da reinpassen. Oh nein. Komm. Wir gucken mal, ob wir dort hineinpassen, Leute. In diese Mülltonne. Also, ich glaube... Ah, das ist... Ne. Mülltonne ist voll. Leider geht es nicht. Okay. Hoffentlich hilft uns Leicester. Leicester. Leicester, bist du da? Hallo. Oh, mein Gott. Äh, du musst mir unbedingt helfen. Franklin, hast du neue Haare? Ach, stimmt. Wir haben ja auch neue Haare. Nein, aber siehst du das denn nicht? Irgendwas ist an mir anders. Stimmt. Du hast ein neues Outfit. Nein, Leicester. Ich hab... Ich bin halb so groß wie vorher. Ich muss da irgendwas gegen machen. Ich hab Angst, dass ich noch kleiner werde. Ah, stimmt. Da war ja was. Ja, genau, Leicester. Äh, okay. Also, es war folgendermaßen vor meiner Haustür... Also, nicht lachen jetzt. Okay? Nicht lachen. Vor meiner Haustür hat's geklingelt. Ich hab aufgemacht. Es kam ein Alien. Und er hat mich mit irgendeinem Alien-Gedget abgeschossen. Und jetzt bin ich kleiner geworden. Er hört sich wirklich nicht fake an, oder? Okay, das ist weit über meinen Kapazitäten. Äh, ich weiß nicht, was ich für dich tun kann, Franklin. Es tut mir leid. Aber was ich gehört habe, dass dieser Effekt ein zeitlicher Effekt ist, der 24 Stunden anhält und erst abgeschlossen ist, wenn er sein Endstadium erreicht hat. Soll das heißen, dass ich jetzt noch kleiner werde? Ja. Okay. Ähm. Oh nein. Oh nein. Oh nein, was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit mir? Ich glaube, es wird... Ich glaube, Leute, wir werden noch kleiner. Alles klar. Wir werden, glaube ich, kleiner in 3, 2, 1 und... Neun. Oh mein Gott, Leute. Wir sind noch kleiner geworden. Lester, du musst mir unbedingt dabei helfen, okay? Es tut mir leid, Franklin. Du musst 24 Stunden das überstehen. Okay. Ja, dann. Dankeschön. Okay. Leute, also, wir werden einfach Stück für Stück immer kleiner. Wie weit soll das noch gehen? Wie weit werden wir denn noch kleiner in GTA 5? Guckt euch das mal an. Wir konnten gerade noch uns mit einer Mülltonne messen. Und jetzt sind wir halb so groß wie diese Mülltonne. Oh, Mann. Ich weiß nicht. Können wir noch Auto fahren? Wir probieren es. Aber wir sind schon richtig klein geworden. Guckt euch das an, Leute. Wir passen nur noch ganz klein auf diesen Sitz drauf. Aber irgendwie hat Franklin es noch in den Griff, das Auto zu fahren. Ja. Franklin. Ähm. Du fährst in die falsche Richtung. Weißt du das? By the way. Okay. Äh. Alles klar. Er ist voll gut darin. Okay, Franklin. Ich glaube, rückwärts kann er besser fahren als vorwärts, muss ich sagen. Alles klar. Hä? Was ist das? Oh, oh. Oh, nein. Das ist die Polizei. Oh, nein. Okay. Franklin, fahr rechts ran. Fahr rechts ran. Wow. Okay. Ja. So. Ähm. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie noch... Ich weiß nicht, ob wir eine Chance haben, aber gut. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Leute, was soll ich jetzt machen? Polizei hat mich rechts ran gefahren. Okay, Officer. Alles in Ordnung? Hallo. Was ist Ihr Name? Mein Name ist Franklin Clinton. Das ist mein Name. Okay, junger Franklin. Es tut mir leid, aber Kinder dürfen keine Autos fahren. Was? Du musst eigentlich in die Schule um die Zeit. Ich bring dich da jetzt hin. Hey, warte, warten Sie. Nein, nein, nein. Sie verstehen es falsch. Sie verstehen es falsch. Nein. Nein. Sie verstehen es falsch. Ich bin kein Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin einfach nur mit einer Schrumpfpistole kleiner. gemacht worden von einem Alien, das mich heute Morgen besucht hat. Keine Widerrede. Wir gehen zur Schule. Och, Mann. Ey, ich habe das doch schon einmal hinter mir. Warum muss ich denn jetzt schon wieder in die Schule gehen? Mann. Ey, Mann. Das gibt es doch nicht, Leute. Wir werden extra kleiner gemacht. Und jetzt müssen wir einfach in die Schule. Wie weit soll das noch weitergehen? Ich glaube noch nicht, dass wir im Endstadium sind. Ich glaube, dass wir immer noch kleiner werden. Oh, Mann. Niemand nimmt uns mehr ernst in GTA 5. Nur weil wir jetzt irgendwie so klein sind wie ein kleines Kind. Und jetzt fährt uns die Polizei, oh, mit Sirenen sogar, in die Schule. Na gut. Jetzt fühle ich mich aber auch wieder wie der coolste Kind, wenn ich mit der Polizei in die Schule gefahren werde. Also entweder werde ich ausgelacht oder die feiern das extrem. Oh, Mann. Och, da wären wir an der Schule angekommen. Und jetzt können wir endlich raus. Nicht wahr? Und jetzt ab mit dir in die Schule, Kleiner. Ich will dich hier nicht mehr um diese Zeit auf den Straßen sehen. Alles klar, Officer. Dann gehen wir jetzt in die Schule. Unglaublich einfach. Oh, Mann. Ich kann es kaum glauben, dass ich jetzt schon wieder in die Schule muss als Franklin. Aber gut. Ja, dann setzen wir uns einfach mal hin. Oh, oh. Oh, oh, Leute. Mit Franklin ist irgendwas komisch. Ich glaube, wir verwandeln uns jetzt schon noch mal kleiner. Okay. Alles klar. Ich glaube, wir werden noch kleiner, Leute. In 3, 2, 1 und... Wow. Wir sind unsichtbar? Nein. Guckt euch das mal an. Wir sind jetzt kleiner als ein Baby. Wir sind einfach gefühlt Ant-Man-Größe momentan. Wow. Und guckt euch das mal an, wie klein wir wirklich sind. Wir sind so klein. Ich glaube, wir können sogar hier unter dem Tisch laufen, oder? Nee, wenn sie uns nicht lassen, dann können wir das nicht. Aber wir sind einfach so klein, dass wir sogar die ganzen Kaugummis, wenn es denn welche geben würde, unter dem Tisch sehen können. Ich glaube, wir sind sogar so klein, dass uns niemand beachtet, oder? Die beachten uns gar nicht. Wow. Okay. Das heißt, dann können wir ja gleich wieder aus der Schule rausgehen. Aber ich sehe die Welt, Leute, mit ganz anderen Augen. Ich meine, ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass hier so ein Licht rumliegt. Also, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh, Mann. Vielleicht kann man ja auch hier auf der Toilette mal sehen, ob da jemand auf Klo ist. Vielleicht sehen wir da ja jemanden. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich muss hier kurz rein. Oder ich muss kurz drunter. Ich komme da leider immer noch nicht drunter. Wir sind immer noch nicht klein genug. Okay. Oh mein Gott, ey, Leute. Guckt euch das mal an, wie klein wir einfach sind. Das ist schon, das ist schon heftig. Wir sollten mal, Leute, unbedingt Michael... Oh nein, da ist der Officer. Wir sollten mal vorsichtig sein. Ich glaube, der beobachtet uns. Der passt auf. Aber ey, der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht, Leute. Das ist eine gute Sache. Wir können ja einfach überall rumlaufen. Und man erkennt uns einfach nicht. Oh Mann. Ich muss unbedingt Michael davon berichten. Okay. Ich würde sagen, wir holen mal unser Handy raus. Und, äh... Jo. Guckt euch das mal an, wie süß das einfach aussieht. Franklin mit einem Handy, das einfach halb so groß ist wie er. Und er... Oh mein Gott. Ey, das sieht so... Es sieht so merkwürdig aus. Es sieht so unfassbar merkwürdig aus, muss ich einfach sagen. Okay. Wir rufen einfach mal, Leute, Michael an. Und wir gucken mal. Ich muss unbedingt mal wissen, wie das in First Person so aussieht. Oh, es wird mir gar nichts angezeigt. Alles klar. Dann müssen wir das aus der Perspektive eben machen. Wir rufen mal Michael an. Und ich hoffe mal, dass er sich mit uns treffen will. Und dann werden wir ihm mal erzählen, was mit uns eigentlich passiert ist. Ey, Michael. Wir sind mini klein geworden. Kannst du mich kurz abholen? Okay, wir müssten Michael abholen. Es gibt allerdings jetzt ein Problem. Und zwar... Wie werden wir ihn abholen? Wir können ja kein Auto mehr fahren. Wir dürfen auch kein Auto mehr fahren. Die Polizei jagt nach uns. Wir müssen uns irgendeine andere Transportmöglichkeit überlegen. Gibt es hier nicht irgendein Fahrrad? Oh, da ist eins. Aber ich weiß auch nicht, ob wir das überhaupt fahren können. Wir gucken mal, wie das überhaupt aussieht. Na gut, dann steig mal auf, Franklin. Okay. Ich glaube nicht, dass das die Position sein sollte, wo du eigentlich sitzen solltest, Franklin. Und wow. Wow, wow. Ich sehe meinen eigenen Fuß. Warum sehe ich meinen eigenen Fuß? Was ist hier los? Ähm, okay. Hier ist der Lenker. Also ich glaube, Franklin, das ist eher nicht so der günstige Winkel, wie man sitzen sollte. Aber ey, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und irgendwie, äh, irgendwie, äh, Franklin... Okay. Wow. Wow. Okay. Franklin, ich... Was macht er da? Was machst du da, Franklin? Yo! Okay. Also, ich weiß nicht wie, aber... Ey. Vielleicht ist er ein Jedi. Ich habe keine Ahnung, wie Franklin das macht. Aber irgendwie... Vielleicht mit Seilen? Ich glaube, er fährt das Fahren mit Seilen. Okay. Es funktioniert irgendwie. Keine Ahnung. Aber jetzt können wir auf jeden Fall Michael abholen. Oder mal zu uns, äh, zu ihm gehen. Und ihn einfach mal, ja, kurz Hallo sagen. Und dann werden wir mal eine Runde Golf mit ihm spielen. Wie wird das aussehen? So, Michael. Da ist er ja, da ist er ja. Oh, Michael. Was geht? Yo. Wie sollen wir da reinpassen? Ähm, keine Ahnung. Ich, äh, darf kein Auto fahren. Vielleicht fährst du mich ja. Wow. Oh mein Gott. Er beachtet mich. Mit diesem Blick. Bruder, was ist mit dir passiert? Warum siehst du so aus? Ja, ganz kleine Story. Ich wurde von einem Alien, äh, attackiert mit so einer Super-Gadget-Pistole. Und jetzt bin ich klein. Ich glaube, er glaubt es mir nicht. Äh, nein, er glaubt es mir auf gar keinen Fall. Ja, aber... Nee, also, ja, okay. Äh, kommst du einmal mit? Wir gehen eine Runde Golf spielen, nicht wahr? Okay, let's go. Wir gehen eine Runde Golf spielen. Alles klar. Dann gehen wir mal im Fortnite-Caddy direkt zum ersten Tee. Ich will wissen, wie das gleich aussieht, wenn Franklin diesen Golfschläger in der Hand hält. Und vor allem können wir noch kleiner werden. Das ist die ganz große Frage. Na gut. So, Franklin. Auf geht's. Und hier, oh, wir halten wirklich den Golfschläger. Wow, das sieht so cool aus. Guckt euch das an. Guckt euch das einfach mal an. Der Golfschläger ist einfach so groß. Wenn ich damit einen Schlag landen kann. Ich glaub's... Oh mein Gott, nein. Wow. Franklin, du hast gerade... Äh, okay. Wir geben uns Mühe... Wow. Oh, okay. Also, Franklin. Für so eine kleine Größe hat der eine riesen Schlagkraft. Das muss man einfach sagen. Okay, Michael. Jetzt bist du dran. Michael, zeig mal dein Bestes. Ja, okay. Ja, ja, okay. Weißt du das? Gegen den hab ich keine Chance. Michael ist einfach viel zu gut. Aber der war nicht so... Oh, der war nicht so nah. Okay. Zweiter Schlag. Wir geben uns Besten. und es sieht gut aus. Yo. Ah, Michael. Das war nicht so gut. So. Komm, 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 komm. Nein. Na los. Raus damit. Okay. Komm. Oh, Michael ist nah dran. Ja, okay. Ein paar. Okay. Das ist jetzt meine Chance, Franklin. Komm, 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 komm. Yeah. Wir haben Gleichstand. Okay, Michael. Ich bin jetzt sauer. Ich bin sauer, dass ich jetzt nicht gewonnen habe, diese Runde. Jetzt suche ich mal jemanden, dem ich eine überbraten kann. Da ist ein Golfer. Den werden wir kriegen, Leute. Den werden wir kriegen. Pass auf, wir zeigen es denen. Der wird uns nicht bemerken. Aber wir werden ihm jetzt das Golfspielen hier komplett versauen. So. Zack, Junge. Weg mit dir. Oh, los. Komm schon, Franklin. Yo. Wir haben den getroffen. Let's go. Let's go. Okay. Okay, okay. Komm schon nochmal. Nochmal. Triff ihn. Triff ihn. Ja. Genau, Franklin. Genau. Franklin. Er macht ihn fertig. Ja. Genau. Sehr gut. Sehr gut, Franklin. Genau. Ich weiß zwar nicht, was der Mann hier getan hat. Aber ey. Okay, ähm, okay. Das war jetzt... Das war... Okay, Franklin, du kannst jetzt aufhören. Franklin. Franklin, du kannst... Franklin, du kannst jetzt aufhören. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben das verstanden. Du kannst jetzt aufhören. Genau. Kein Golffeld mehr für dich. Oh mein Gott. Was passiert, Leute? Ich glaube, wir werden immer noch kleiner. No way. Okay. Es wird passieren, Leute. In drei, zwei, eins und... No way. Wow. Guckt euch das mal an, Leute. Wir sind noch kleiner geworden. Wir sind jetzt so klein. Es ist... Es ist unfassbar, wie klein wir geworden sind. Das ist jetzt absolut krass. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum wir in der Luft schweben. Aber wir sind so unfassbar klein. Und seht euch mal an, wie Franklin läuft. Er läuft ganz merkwürdig. Es sieht aus, als würde er rückwärts laufen. Aber er läuft in Wirklichkeit nach vorne. Vielleicht ist das so eine spezielle Technik, wie er läuft. Aber er ist schnell. Franklin, du bist schnell. Du bist echt schnell, muss ich sagen. Oh, okay. Wir gehen jetzt mal zu Michael nach Hause. Ich bin so gespannt. Was die anderen sagen. Zu unserer kleinen Größe. Weil ich meine, das ist jetzt... Das ist wirklich unnormal. Okay. Erste Frage, Leute. Kommen wir eine Treppenstufe hoch? Wir gucken mal, ob das möglich ist. Ja, es sieht so aus. Wie sieht es denn aus, wenn wir hochsteigen? Also, ja, Franklin hat auf jeden Fall die Kraft. Ich dachte, wir kommen nicht mal eine Treppenstufe hoch. Oder wir müssen da springen. Oh, okay. So, jetzt sind wir oben. Hallo, Michael. Ich folge dir mal nach Hause. Hast du ein paar Geheimnisse von mir zu verstecken? Ah, vielleicht hast du ein paar Geheimnisse, ne? Ja, 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 ja. Wir machen jetzt High and Seag, Leute, mit Michael. Der muss mich finden. Oh, Mann. Du hast mich gefunden. Okay, komm. Jetzt verstecke ich mich als nächstes woanders. So, wir gehen mal schnell zu Tracy. Der wird uns niemals finden. Der wird uns niemals finden, Leute. Niemand wird er uns finden. Oh, mein Gott. Michael, du kannst kommen. Du kannst jetzt kommen, Michael. Warte, er uns... Nein. Och, nee. Ey, wie er uns anguckt, er weiß, wo wir sind. Oh, Michael. Nee, 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 nee. Schluss. Sorry. Sorry, 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 sorry. Okay, jetzt gehe ich weiter weg, Leute. Wir verstecken uns jetzt am besten in der Garage. Der wird uns niemals finden. Niemals wird er uns finden. Also, what? Wie hast du mich gefunden? Ach so, ja. Bestimmt wegen der Garagenauslöser und weil die Tür noch offen war. Okay, Leute, das reicht jetzt hier. Michael verfolgt uns. Das kann nicht sein. Okay, Michael, wenn du möchtest. Wir werden jetzt eine Runde Tennis spielen. Oder es geht nicht. Wir werden mal sehen. So, funktioniert das? Können wir eine Runde Tennis spielen? Nein? Ah, okay. Es klappt irgendwie nicht. Ganz, ganz merkwürdig. Na gut. Da probieren wir mal noch ein paar andere Sachen aus, Leute. Und zwar, wie sieht es aus, wenn wir mit dem Fallschirm runterspringen? Mit dem Mini-Ultra-Mini-Franklin. Alles klar, Franklin. Mach dich bereit für deinen Sprung. Wir springen nämlich jetzt in drei, zwei, eins und... Wow! Und mit dem Fallschirm. Yo! Alter! Leute, guck dir das mal an. Das ist so unglaublich, wie das aussieht. Wo? Wow! Ey, ich sehe Franklin nur ganz klein. Das ist der Wahnsinn. Michael wurde zurückgelassen. Ja, das tut mir aber auch echt leid, Michael. Du hättest deinen eigenen Fallschirm mitbringen sollen. Leider hat er es nicht gemacht. Und jetzt... Oh, nein! Nein! Wir fallen runter! Oh! Okay. Alles gut, Franklin? Irgendwie hat er es überstanden. Wow! Okay, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. Leute, es ist unglaublich. Letztes Mal, als wir hier waren, waren wir wenigstens noch so groß, dass wir Auto fahren konnten. Und jetzt sind wir einfach in der Mini-Minimal-Stufe. Und wir gucken mal, was Chop zu uns hat. Chop! Okay, wir sollten nur vorsichtig sein. Wir sollten echt nur vorsichtig sein. Oh, was ist das hier? Was hat er hinterlassen? Ist das Brokkoli? Chop, Chop, Chop! Melde mich nicht an! Okay. Bö... Guter Hund! Guter Hund, guter Hund! Kann ich mal kurz in deine Hundehütte? Ich würde so gerne... Wow! Okay, das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Chop, mach das mal weg. Okay. Wir gucken mal, ob wir in die Hundehütte rein können. Nee. Ah, da ist irgendeine unsichtbare Wand. Ach so! Lol! Ich kann mich selbst sehen im First-Person-Modus. Eigentlich sollte das nicht gehen. Aber gut. Irgendwie kommen wir da nicht rein. Naja, egal, Leute. Oh! Nein! Ich bin auch draufgetreten noch. Und Chop jetzt... Er macht jetzt hier auch auf den Boden. Chop, das geht so nicht. Stopp! Stopp! Chop! Stopp! Den Wahnsinn! Stopp damit! Oh! Wow! Jetzt bin ich unter Wasser. Oder nein? Ich bin so ein kleines Stückchen über dem Wasser. Also man sieht mich noch so ein bisschen über dem Wasser. Das heißt, ich gönne mir jetzt hier wirklich, Leute, mit einem ganz entspannten Whirlpool-Abend. Und ich denke, Leute, das ist die maximale Stufe, wie wir klein werden in GTA 5. Und deswegen, Leute, lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Teil 2 haben wollt, wie wir in GTA 5 zu einer maximalen Größe, zu einem absoluten Riesen werden. Also lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr das sehen wollt. Und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's von dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. ID ist raus. Haut rein und ciao.